Das Hotel Albergo Le Therme liegt in San Quirico, Dorche in Toskana und Elba. Das Hotel Albergo Le Therme ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Vier Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,5 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur vier Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5 Sonnen von 5 Sonnen widerspiegelt. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5 von 6 Sonnen. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4 von 6 Sonnen. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 4 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.